Deggendorf ist eine große Kreisstadt im niederbayerischen Landkreis Deggendorf. Die Hochschulstadt wird aufgrund ihrer Lage im Donautal in der Nähe der Mündung der Isar, am Fuße der Berge des Bayerischen Waldes auch als Tor zum Bayerischen Wald bezeichnet und rühmt sich auf der Sonnenseite des Waldes zu liegen. In Deggendorf fand 2014 die Bayerische Landesgartenschau statt. Geografie Das Gebiet der Stadt Deggendorf liegt einerseits im flachen Donautal, Er streckt sich linksseitig der Donau aber auch in die Vorläufer des Bayerischen Waldes hinein. Im Ortsteil Seebach beträgt die Höhe 311 Meter, in Greising jedoch 779 Meter und im Weilerhochstraß 863 Meter. Das führt auch zu erheblichen klimatischen Unterschieden. Während in den niedrigen Lagen häufig schon der Frühling eingekehrt ist, herrscht in den Höhenlagen noch Winter. Gemeindeteile sind, die Gemarkungen entsprechen in etwa den ehemaligen Gemeindegebieten außer Bayseebach, das teilweise nach Hengersberg umgegliedert wurde. Fischerdorf ist am rechten Donauufer gelegen und wird von der alten Bundesstraße 11 durchlaufen. Mit dem Stadtzentrum Deggendorfs ist Fischerdorf durch die 1999 neu erbaute Maximiliansbrücke, die die alte Brücke aus den 1920er Jahren ersetzt, verbunden. Durch ihre Lage in Mitteleuropa befindet sich die Stadt Deggendorf in der kühl gemäßigten Klimazone mit Winterhärte 6 zu 7. Dabei liegt die Stadt im Übergangsbereich zwischen dem feuchten Atlantischen und dem trockenen Kontinentalklima. Aus den Volkszählungen ergibt sich auf der Stadtgebiet bezogen folgende Einwohnerentwicklung. Mit Stand 1. Januar 2013 waren 64,6% der Bevölkerung römisch-katholisch, 13,8% evangelisch und 21,6% gehören einer anderen oder keiner Glaubensgemeinschaft an. Deggendorf hat einen Ausländeranteil von 7,3%. Geschichte Von der Gründung bis zum 18. Jahrhundert in einer am 20. November 1002 ausgestellten Urkunde König Heinrichs II. Für das Kloster Niedermünster in Regensburg wird Deggendorf erstmals erwähnt. Deggendorf wurde an einem natürlichen Donauübergang gegründet, der die Straße entlang der Isar nach Norden fortsetzte. Für die in Bayern herrschenden Geschlechter war das immer ein Grund hier präsent zu sein. Im 10. Jahrhundert Techendorf genannt erschien es um 1212 bereits als Stadt. Mit dem Aussterben der Babenberger und der Grafen von Bogen setzten sich die Wittelsbacher in den Besitz der ehemaligen Grafschaft Deggendorf. Die Stadt wurde neu geordnet und geplant angelegt. Mit Privilegien und Vergünstigungen wurde Deggendorf gefördert, bis es 1316 und 1320 mit dem Stadtrecht ausgestattet und damit der Prozess der Stadtwerdung auch verfassungsmäßig abgeschlossen wurde. Damit war Deggendorf für das Umland zu einem Anziehungspunkt für Markt und Handel geworden. 1337 wurde im Verlauf eines Pogroms die jüdische Gemeinde Deggendorfs komplett vernichtet. Das angebliche Wunder, dass der den verbrannten Juden vorgeworfenen Hostienschendung gefolgt sein soll, begründete die bis 1992 stattfindende Wallfahrt zur Grabkirche, die sogenannte Deggendorfer Gnad. Die Grabkirche war kurz nach dem Pogrom errichtet worden. Noch bis 1968 fanden Prozessionen und Veranstaltungen in Deggendorf statt, die den damaligen Judenmord verherrlichten. Schwere Bevölkerungsverluste waren im Dreißigjährigen Krieg zu beklagen. Zwei Drittel der Einwohner starben 1633 4 und 30. an der Pest. Während des spanischen Erbfolgekriegs wurden Teile der Stadt in Brand gelegt und zerstört, obwohl diese Ereignisse für Jahrzehnte ihre Spuren hinterließen. Er stand Deggendorf als funktionierende Stadt mithilfe der Ressourcen des Umlandes schnell wieder. Ein barockes Zeichen des daraus erwachsenen städtischen Selbstbewusstseins wurde mit dem Bau des Grabkirchenturmes 1722 gesetzt, der von Kunsthistorikern als einer der schönsten Türme in Bayern beschrieben wird und dem Stadtplatz seinen unverwechselbaren Charakter gibt. Während des österreichischen Erbfolgekrieges brannte 1743 fast die gesamte Stadt nieder. 19. Im 19. Jahrhundert wurden Verkehrsverbindungen wie die Eisenbahnlinie über die Donau in den Bayerischen Wald hineingeschaffen, die hölzene Donaubrücke durch einen stabilen eisernen Übergang ersetzt und Straßen zur Erschließung des Umlandes gebaut. Das mittelalterliche Stadtbild verschwand durch das Auffüllen der Stadtgräben, die Stadttore und Stadtmauern wurden abgerissen. Der über 500 Jahre alte Stadtkern wurde verändert und aufgeweicht. Heute ist nur noch die Anlage der Stadt erkennbar. Ein 27 Meter langes Stück der Stadtmauern ist erhalten geblieben. 20. Erst im 20. Jahrhundert erfuhr Deggendorf durch Eingemeindung der benachbarten Ortschaften einen entscheidenden Gebiets- und Bevölkerungszuwachs. Die Nachbargemeinde Schaching kam 1935 zur Stadt Deggendorf. In den Jahren 1972 bis 1978 folgten Deggenau, Fischerdorf, Mietraching mit Greising sowie Seebach und Natternberg. Deggendorf erhielt in der NS-Zeit eine Garnison, als ab 1935 die Riga-Kaserne der Wehrmacht errichtet wurde. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurde 1945 in Deggendorf ein DP-Lager für jüdische sogenannte Displaced Persons eingerichtet. Es beherbergte bis zu 2000 Bewohner und wurde im Juni 1949 aufgelöst. Zum Gedenken an diejenigen Opfer des Nationalsozialismus, die in Deggendorf wohnen, verlegte Gunther Demnich am 2. Oktober 2012 Stolpersteine in Deggendorf. In den Jahren seit dem Zweiten Weltkrieg dehnte sich die Siedlungsfläche Deggendorfs erheblich aus. Die altstadtnahen Hügel wurden dabei fast vollständig bebaut. Als eine Art neues Wahrzeichen der Stadt entstand seit 1976 Dickersekunden weithin sichtbare Klinikum Deggendorf mit heute 502 Betten. 21. Von 1985 bis 2013 gedachte die Stadt auf dem Geiersberg der Opfer der Weltkriege. Nachdem im Frühjahr 2013 bekannt wurde, dass sich auf dem als Heldenhain bezeichneten Areal auch Gedenktafeln für Angehörige der S befanden, ließ die Stadt diese entfernen. Seitdem wird die Städte an Gedenktagen unter dem Namen Gefallenenhain genutzt. Anfang Juni 2013 wurde die Stadt Deggendorf von einem verheerenden Hochwasserheim gesucht. Mehr als 6000 Menschen mussten evakuiert werden oder wurden aufgefordert ihre Häuser zu verlassen, da die errichteten Dämme den Wassermaßen nicht mehr standhalten könnten. Tiefliegende Ortsteile wie Fischerdorf und Natternberg wurden nach einem Bruch des Isardarms komplett überflutet. Eingemeindungen Politik Sitzverteilung im Stadtrat nach der Kommunalwahl am 16. März 2014 Seit 1. August 2012 ist Christian Moser Oberbürgermeister. Er wurde bei vier Gegenkandidaten mit 56,73% der abgegebenen Stimmen zum Oberbürgermeister gewählt, nachdem Anna Eder aus Altersgründen nicht mehr kandidiert hatte. Christian Moser amtiert bis 2020, da mit Oberbürgermeister und Stadtratswahl wieder gemeinsam stattfinden. Deggendorf wurde von 2000 bis 2012 von Anna Eder regiert. Damals wurde außer der Reihe eine Oberbürgermeisterwahl nötig, weil ihr Vorgänger Dieter Görlitz aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten war. Zweiter Bürgermeister ist Günter Pammer, Hermann Wellner ist dritter Bürgermeister der Stadt Deggendorf. Österreich Partnerstadt von Deggendorf ist seit 1978 Neusiedel am See, Österreich, Tschechien am 24. November 2008 wurde mit Pisek Tschechien ein Freundschaftsvertrag geschlossen. Seit 10. Juni 2012 ist Pisek ebenfalls Partnerstadt Deggendorfs. Weiterhin besteht seit 2003 eine Patenschaft zum abgesetzten technischen Zug 133. Zum Tender Donau übernahm Deggendorf die Patenschaft von 1964 bis zu seiner Außerdienststellung am 1. Dezember 1994. Bürger begehren Initiative zum Erhalt des Freibades im Stadtpark. Der erste Bürgerentscheid fand am 26. März 2000 statt. Dabei forderte die Bürgerinitiative den Erhalt des zentrumsnahen Freibades im Deggendorfer Stadtpark. Dagegen bot die Stadt Deggendorf in ihrem Ratsbegehren die Schließung des bisherigen Freibades und den Neubau eines Ganzjahresbades mit Hallen und Freibad sowie diversen Erlebniseinrichtungen im Ortsteil Natternberg auf. Bei der Abstimmung erhielt das Begehren der Initiative 18,61% das Ratsbegehren 16,92% der Stimmen aller Wahlberechtigten. Beide Begehren verfehlten somit das notwendige Quorum von 20% der Stimmen aller Wahlberechtigten. Am 18. April 2000 beschloss der Deggendorfer Stadtrat die Auflösung des bisherigen Freibades und den Neubau des Ganzjahresbades. Ihr Initiative zur Höhenbegrenzung im Bebauungsplan Die Bogen Das zweite Bürgerbegehren in der Stadt Deggendorf endete sich gegen ein Bürohochhaus der Unternehmensgruppe Kahl mit 36 Meter Höhe nahe dem südlichen Rand der historischen Altstadt. Durch das Bürgerbegehren sollte die zulässige Wandhöhe laut Initiative auf maximal 22 Meter beschränkt werden. Am 20. Oktober 2014 stimmte nahezu der gesamte Stadtrat im Rahmen eines Bebauungsplanes für das Hochhaus. Ab 3. Dezember 2014 wurde von drei Stadträten der Freien Wähler eine Unterschriftensammlung für ein Bürgerbegehren zur Verhinderung des Hochhauses. Begonnen am 13. Januar 2015 konnte die Initiative 2217 Unterschriften im Rathaus Deggendorf übergeben. Mindestens 1800 gültige Unterschriften waren erforderlich. Der Deggendorfer Stadtrat stellte dem Bürgerbegehren mit Ratsbeschluss vom 9. Februar 2015 ein Ratsbegehren entgegen. In dem Ratsbegehren wurde wie im Stadtratsbeschluss eine Gebäudehöhe von maximal 36 Metern den Wahlberechtigten zur Abstimmung angeboten. Der Bürgerentscheid fand am 22. März 2015 statt. Dabei erreichte das Ratsbegehren 68 Prozent, das Bürgerbegehren 51 Prozent. Die Stichfrage wurde mit 60 Prozent für das Ratsbegehren entschieden. Beide Begehren konnten jedoch das notwendige Quorum von 20 Prozent nicht erreichen und wurden daher nicht bindend. Das Bürgerbegehren scheiterte somit der Stadtratsbeschluss mit der Vorgabe von 36 Höhe für das geplante Gebäude bleibt gültig. Wirtschaft und Infrastruktur Hauptindustriezweige sind Textilindustrie, Leichtmetallbau, Riegturbau. Deggendorf ist Mitglied der Wirtschaftsregion Donaustädte. Die Streicher Unternehmensgruppe, ein international tätiges Tiefbauunternehmen, hat ihren Sitz in Deggendorf. 2012 verlagerte die Laschinger Seafood ihren Sitz nach Deggendorf. Auch die Sparkasse Deggendorf hat ihren Sitz in Deggendorf. Im Jahr 2015 ist Deggendorf wegen seiner Wirtschaftsfreundlichkeit mit dem Bayerischen Qualitätspreis 2015 ausgezeichnet worden. Ein Jahr zuvor war die Stadt bereits als Bayerns Kommune des Jahres beim großen Preis des Mittelstands prämiert worden. In Deggendorf existiert ein Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und eine Erstaufnahmeeinrichtung für 501 Asylbewerber. Am 2. Januar 2015 zogen die ersten Flüchtlinge ein. In Deggendorf bestand von 1993 bis Ende 2003 bereits eine Aufnahmeeinrichtung mit 500 Plätzen. Mini Campus der Technischen Hochschule Deggendorf 1994 wurde in Deggendorf eine Fachhochschule gegründet. Hauptfachrichtungen sind Betriebswirtschaft, Bauingenieurwesen, Ressourcen und Umweltmanagement, Elektro- und Medientechnik sowie Maschinenbau und Mechatronik. 2013 wurde der Name in Technische Hochschule Deggendorf geändert. Im Jahr 2015 sind etwa 5200 Studenten immatrikuliert. Die Stadt verfügt über zwei Gymnasien, eine Berufsober- und Fachoberschule, eine Realschule für Mädchen, eine Wirtschaftsschule, zwei Berufsschulen, Berufsfachschulen für Krankenpfleger, Krankengymnastik und Fremdsprachenberufe, eine Fachakademie für Sozialpädagogik, fünf Grundschulen, zwei Mittelschulen sowie zwei Förderschulen. Deggendorf liegt verkehrsgünstig am Autobahnkreuz der A3 Emmerich, Köln, Frankfurt A, M, Passau und A92 München. Deggendorf mit der Fortsetzung als Bundesstraße 11 nach Bayerisch Eisenstein und Tschechien. Die Stadt besitzt einen Donauhafen und eine Schiffsanlagestelle für Fahrgastschiffe. Der uralte Donauübergang in Form einer Furt wurde schon um 1280 durch eine hölzerne Donaubrücke ersetzt, 1863 in eine eiserne Brücke umgewandelt und letztmals 1999 durch eine moderne Donaubrücke zu einem sowohl den Erfordernissen des Straßenverkehrs als auch der Schifffahrt entsprechenden Übergang ausgebaut. Straßenverkehr Bundesautobahn Würzburg-Nürnberg-Regensburg-Straubing-Deggendorf-Passau-München-Lanzhut-Dengolfing-Deggendorf-Bundesstraßen-Deggendorf-Patersdorf-Regen-Zwiesel-Bayerisch-Eisenstein-Tunnel-Einhausung In die Bundesstraße F wurde im Stadtgebiet Deggendorf am Ende der Bundesautobahn 92 zuerst in zwei richtungsgetrennten Röhren mit jeweils zwei Fahrstreifen und anschließend mit einer weiteren, dreistreifigen Röhre eingehaust. Die Eisenbahnlinie Plattling-Bayerisch-Eisenstein, eine der landschaftlich schönsten Eisenbahnstrecken Deutschlands, verbindet Deggendorf mit dem Bayerischen Wald und Tschechien sowie mit dem deutschen Fernverkehrsnetz im Taktknoten Plattling. Hier liegt mit Deggendorf Hauptbahnhof der einzig verbliebene Bahnhof der Kreisstadt. Der auf dem Gemeindegebiet liegende Ausweichbahnhof Ulrichsberg an dieser Strecke wurde im Dezember 2003 geschlossen. Von Deggendorf aus zweigt die Bahnstrecke Deggendorf-Hängersberg ab. Über diese ehemals bis Kalteneck verlaufende Bahnlinie werden heute nur noch Güter von und zum Hafen, sowie zu einem Sägewerk in Hängersberg transportiert. Mit Deggendorf Hafen, Halbmeile, Seebach und Deggendorf Textilwerke lagen bis zur Einstellung des Personenverkehrs 1972 vier weitere Verkehrshalte auf dem Gemeindegebiet. Die privat errichtete und betriebene Stichstrecke Deggendorf-Metten verbannt bis 1991 die Stadt mit der Nachbargemeinde. Das Stadtgebiet Deggendorf wird seit dem 1. Januar 2014 von vier Stadtbuslinien bedient. Vorher existierten elf Linien. An einigen Haltestellen halten auch Busse der VLD, die Deggendorf mit den Orten im Landkreis und darüber hinaus verbinden. Der Flugplatz Deggendorf liegt westlich von Deggendorf auf dem Gebiet der Gemeinde Steffens-Posching. Er verfügt über eine asphaltierte Stadt und Landebahn mit einer Länge von 550 Meter. Vom Landeplatz dürfen Helikopter, Motorsegler und Segelflugzeuge starten. Der nächste internationale Flughafen ist der Flughafen München. Der Hafen Deggendorf an der Donau ist ein Frachthafen und wird durch den Zweckverband Donau-Hafen Deggendorf betrieben. Als einziger Donauhafen in Bayern besitzt er seit 1992 einen Freihafen. Außerdem verfügt er über eine Anlegestelle für Öltanker. Daneben existiert am Fluss eine Anlegestelle für Personenschiffe. Diese wird hauptsächlich von der Firma Wurm & Kölb bedient. Kultur und Sehenswürdigkeiten Das Deggendorfer Stadtmuseum im Kulturviertel präsentiert über 10.000 Exponate zur kulturellen, wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung der Stadt und ihrer Region. Die frühe Besiedlung des Donauraumes belegen archäologische Funde aus dem Landkreis von der Steinzeit bis zum frühen Mittelalter. Eine Abteilung Stadtgeschichte vermittelt lebendig das mittelalterliche Stadtleben. Der Verkaufsraum einer Biedermeier-Apotheke mit Laborzubehör und ein Tante-Emma-Laden sind anschauliche Zeugnisse der Vergangenheit. Ein eigener Bereich ist der sakralen Kunst der Wallfahrt Deggendorfer genaht und der Volksfrömmigkeit gewidmet. Das benachbarte Handwerksmuseum widmet sich dem regionalen und überregionalen Handwerk. Sechs Abteilungen geben einen Überblick über die reiche niederbayerische Handwerkskultur. Die Geschichte der handwerklichen Ausbildung ist dabei ebenso ein Thema wie Z.B. Das Handwerk am Wasser, die Rolle der Frau im Handwerk, das Holzhandwerk im Bayerischen Wald oder die Entwicklung des Handwerks im Industriezeitalter. Ein Museumskino und wechselnde Sonderausstellungen in den Museen kompletieren das Angebot. Beide Museen und die Museumswerkstätten bieten ein umfangreiches Begleitprogramm für Familien, Kinder und Schulklassen. Der Kapuziner Stadel eine 1802 profanierte Kapuzinerkirche ist Veranstaltungs- und Kongressgebäude für verschiedenste kulturelle Ereignisse. Kunstausstellungen finden hier ebenso statt wie Konzerte und Tagungen. Das vierte Glied im Kulturviertel ist die 1990 erbaute Stadtbibliothek. Die Deggendorfer Stadthalle gibt den Rahmen für größere Veranstaltungen ab. Konzerte, Ausstellungen und Tagungen finden hier ebenso statt wie Tanzveranstaltungen oder Feste. Ende 2008 wurde die Halle 2 fertiggestellt, die sich direkt an die alte Stadthalle anschließt. Die neue Halle bietet rund 4000 Zuschauern Platz. Zahlreiche Vereine engagieren sich auf den Gebieten der Musik, Malerei und Kunst und beleben damit das Kulturleben der Stadt. Neben dem großzügig angelegten Stadtplatz, der durch das Rathaus mit seinem historischen Festsaal zweigeteilt ist, sind die Grabkirche Peter und Paul, die Pfarrkirche Maria Himmelfahrt und die idyllisch gelegene Wallfahrtskirche zur schmerzhaften Mutter Gottes in der Rose auf dem Geiersberg. Sehenswert Die barocke Kapelle im ehemaligen Katharinenspital und die aus der gleichen Zeit stammenden Wallfahrtskirchen in Greising und in der Halbmeile bergen. Ebenfalls künstlerische Kleinode, das Ballet im Stadtpark wurde von 1863 bis 1868 als Kreiserenanstalt in Deggendorf errichtet. Ab 1933 4 und 30. diente es als Wehrmachtskaserne und ab 1941 zusätzlich als Unteroffiziersvorschule. 1945 war es kurzzeitig Unterkunft für zahlreiche osteuropäische Flüchtlinge und einige Söldner der nun erneut vernichtend geschlagenen Deutschen, dann für ausgesiedelte, geflohen oder vertriebene Deutsche. Schließlich wurde das Ballet bis 1949 als DP Camp Siebendeggendorf für heimatlose Menschen und für jüdische Überlebende der KZ Theresienstadt Auschwitz, Flossenbürg und für polnische Juden, die den Nachkriegspogromen in ihrer Heimat entflohen und ab 1949 50. Wohnanlage für deutsche Flüchtlinge. Heute wird es als Arzt, Selbsthilfe, Therapie und Kommunikationszentrum genutzt. Siehe auch, Freizeit. Die Lage der Stadt zwischen der Ebene des Gäubodens und dem Bayerischen Wald eröffnet viele Möglichkeiten der Freizeitgestaltung. Fernwanderwege sowie Rund- und Streckenwanderwege führen durch Deggendorf oder haben hier ihren Ausgang. Viele Wanderungen können in den nahen umliegenden Bergen gemacht werden. Fahrradfahren an der Donau bis zum Mountainbiken im Bayerischen Wald ist ebenso möglich wie Wassersport auf Baggerseen und der Donau. Im Winter wird auf den umliegenden Bergen des nahen Bayerischen Waldes Ski Langlauf und Abfahrt betrieben. Im Ortsteil Greising liegt das Skigebiet Deggendorf-Greising mit Langlaufleupen und einem Skilift. Darüber hinaus bestehen das Ganzjahresbad Ellipso und ein Golfplatz auf der Rusel. Jährlich veranstaltet die Stadt neben dem Frühlings- und Volksfest ein im wechselnden Turnus stattfindendes Bürgerfest, eine bayerisch-böhmische Woche und eine Sommertraumparty an der Donau-Promenade. In der Adventszeit wird der Christkindlmarkt auf dem oberen Stadtplatz abgehalten. Seit Dezember 2006 ist der Tier-Gnadenhof Gut Eider-Bichel auch in Eichberg bei Deggendorf zu finden. An der Donau laden die für die Landesgartenschau Deggendorf 2014 angelegten Erholungsflächen zum Verweilen ein. Persönlichkeiten Hauptartikel Deggendorf 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 Deggendorf